So Leute, grüßt euch zum neuen Video. Hier seht ihr mal, wie es so eigentlich fast immer läuft. Ein paar Euro kommen rum, aber nichts wirklich und ihr müsst immer bedenken, da tun ganz viele Kisten nebenher auch runterlaufen, wo einfach gar nichts kommt. Und bei den meisten anderen Leuten ist es ja genauso. Deswegen sage ich es euch jedes Mal, es lohnt sich nicht zu zocken. Also ja, wenn man einmal die Woche geht, vielleicht auch allerhöchstens zweimal, dann macht es vielleicht auch noch ein bisschen Spaß. Aber wenn ihr da öfter hingeht, manchmal auch täglich oder fünfmal die Woche, dann verliert ihr fünfmal die Woche und in einem Monat gewinnt ihr vielleicht zwei oder dreimal. Ja, allerhöchstens viermal. Das ist wirklich, muss man erstmal überhaupt so viel Geld haben, um, sag ich mal, 20 Tage im Monat zocken zu können. Ja, es lohnt sich halt nicht. Deswegen, wer es nicht im Griff hat, kann jedem nur empfehlen, sich sperren zu lassen. Das ist wirklich besser. Viel Spaß mit dem Video und bis demnächst. Ciao. Er hat eben schon auf 30 gehabt, auch mit dem Fond schon, 8,40 Euro. Mal schauen. Verlänger hat er nicht, deswegen haben wir nichts aufgenommen. Zu schön wahr zu sein. Er erwartet auf den Moment von K-Boy. Er hat mir das zweite Mal jetzt den K-Boy gemacht. Wann? Ja, gerade eben mit 30 Cent und jetzt habe ich auch 40 bis wieder einen wiedergegeben. Oh ja. K, komm K. Ja. Ja, ist gut. Ja, man weiß nicht. K ist aber eigentlich besser. Wenn er da 40 Freispiele macht, wäre auch ein bisschen was. Puh. Schon schwer genug, da überhaupt eine Verlängerung zu kriegen. Ein volles Arme, auch mal nicht schlecht. Ja, klar. Einen K-Boy brauchen wir ja nicht räumen. Ja. Ah, guck dir das an. Wirklich schwach. Für 40 Cent mit 20 Spielen. Oh. Und die Fotografie. Dankeschön. Ja. Guck mal, Verlängerung. Gleich die Euro. Na ja, ist okay. Ja. Ja. 6,50, 50. Mal schauen. Ah, nichts Gutes. Nichts. Das habe ich schon erklärt. Ja. Leider nicht. Ich muss gehen nach hinten. Ja gut, ich war schon bei 90, gell? Hm? Ich war ja schon bei 90. Ja, genau. Ich kann kurz wieder hin, normalerweise. Ah. Man weiß nicht. Guck, genau so kann er den Rest hin durch. Ich muss noch weiter machen, nicht? Verlängerung vielleicht? Ah. Vorbeigehen. Ja, dann weißt du, wo du bist. Okay, fast. Verlängerung. Und so keine Neun. Ah. Halt, gar nicht. Ne. Au ja. Na, schauen wir mal. 80, 80. die ... ... ... auch 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 mal auch 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 ja ich lass mal laufen so nach der pause 40 40 gar nix 40 40 gleich erste haben wir das kein mensch das schon länger doch mal freu ich euch aufs auch keine ich hab's mir gehört auch so ah nein naja keine Ahnung was machen das hier schwert da rein ganz seit immer 3 in einer Linie mal schauen aber nix gescheites vorher genauso dann sind jetzt auch fast wie drei oh da ist fährt aber nicht übel kann überwiegend sein vor allem für das spiel krass keine spiele mehr die Wappen fehlen doch noch dann ein spiel auf gold keine ahnung was ich mach wir probieren ein bisschen auf 2 euro 40 habe ich schon raus 72 euro runter gespielt wie ihr sehen könnt aber auf 2 euro weil jetzt 50 davon ein paar runden auf 1 euro jetzt wieder auf 80 naja kann da nicht verlängern dann ist sowieso mies da kommt irgendwie sonst nichts im golden aber schau mal ganz viel sechze spiel regulär aber das wird nix und vorbei schau mal schau mal keine ahnung was machen das wird nix fertig laufen dann auf 1 euro 1 euro 60 cent 60 cent der erste dreher hätte ich gar nicht gedacht naja mal schauen 2 spiele 2 spiele 2 wappen alle 2 regionäre spiele so zähle ich euren ein bisschen mit 3 3 wappen 4 4 wappen aber vielleicht auch nicht das ist das schwierige 5 6 da sind wir wieder 5 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 6 6 7 7 8 10